Hallöchen, ich melde mich heute mit einem vermutlich recht langen Video. Ihr werdet es sehen, beziehungsweise seht es schon. Ich bin gespannt, wie viel ich heute labere. Es geht um meine gelesenen Bücher aus dem Jahr 2020. Denn ich habe nicht durchgehend, wie die meisten gemerkt haben, falls mir ja schon länger folgt, ich habe nicht durchgehend Videos gemacht 2020. Und das hatte verschiedene Gründe, die habe ich auch so ein Stück weit Anfang des Jahres in einem Video erklärt. Und da, ja, habe ich mir trotzdem gedacht, ich möchte euch von den tollen Büchern berichten, die ich gelesen habe. Denn ich fände es sehr schade, wenn die alle untergehen würden. Und von manch einem schwärme ich ja jetzt noch so sehr, dass ihr euch vielleicht fragt, wann hat sie das denn gelesen? Es kommt jetzt eine Zusammenfassung von den 12 Monaten aus 2020. Ich habe, glaube ich, keine richtige Strategie verfolgt. Oh, ich sehe gerade, wie meine Alu-Währa sehr schief hängt. Okay, das muss ich später dann gleich richten. Gar nicht, als ob sie gleich umkippt. Ich wollte hinaus darauf, dass ich im letzten, im vergangenen Jahr 2020, habe ich die ABC-Challenge angefangen. Da gab es auch ein Video dazu, glaube ich. Das kann ich ein Stück weit aktualisieren, wobei es da nicht wirklich was Neues gibt. Dementsprechend, wenn ihr meinen letzten Lesemort gesehen habt, dann werdet ihr gemerkt haben, da ist noch nicht so viel davon gelesen, von der Liste. Aber falls euch die Liste interessiert, der ABC-Challenge, dann guckt euch gerne das Video an. Und meldet euch sehr gerne darunter auch, falls ihr mit mir ein Buch zusammen lesen wollt. Denn auch darüber freue ich mich wahnsinnig sehr. Ja, so, wir starten im Januar und es ist ein bisschen krass, wenn ich hier so rüber gucke und ich sehe diese 30 Bücher, die ich gelesen habe im letzten Jahr. Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber immerhin ein paar Bücher mehr als im vorherigen Jahr, also 2019. Da waren es unter 30 Büchern. Ich habe gedacht, das ist vielleicht so ein Trend, dass es jetzt wieder ein bisschen mehr wird. Ich hoffe es zumindest. Und noch kann ich es nicht so final natürlich sagen. Wir sind gerade mal im März, aber ja. Das vergangene Jahr 2020 hat begonnen mit einem wahnsinnig tollen Buch. Ich habe mich da sehr darüber gefreut. Und zwar von, unten steht der Name, Anna Paulsen. Wirf dein Herz voraus und spring hinterher. Dieses Buch habe ich nämlich geschenkt bekommen zu Weihnachten von meiner besten Freundin Lisa. Und ich habe das vorher, also ich habe das andere Buch von Anna Paulsen, das aber eigentlich das zweite Buch ist, habe ich vorher gelesen. Und sehr geliebt. Liebe M heißt das. Liebe M Punkt. Und es hat noch einen Untertitel. Und ich muss tatsächlich hier ein bisschen spicken. Also ich weiß auf jeden Fall noch, ich habe gerade den Namen gespickt. Liane heißt die Hauptportagonistin. Liane ist Ende 30, genau. Steckt wie in so einer kleinen Lebenskrise, können wir mal so nennen. Und kriegt dann auch noch eine entsprechende Diagnose. Sie war vorher diejenige, die alles geregelt gebraucht hat, die sehr pünktlich war, die sehr viel gearbeitet hat, die nicht viel Privatleben hat, nicht viel ausprobiert hat, nicht viel ausgetestet, sich ausgelebt hat. Und das alles beginnt dann ab dem Zeitpunkt der Diagnose. Und ich finde, die Geschichte ist so schön geschrieben und nicht zu Klischee her von wegen, ach naja, jetzt ist hier eine steiglige Diagnose und dann macht sie dies und jenes. Und es schließlich gibt es davor noch mehr Bücher, zum Beispiel Mein schlimmster, schönster Sommer von Stephanie Gregg ist sozusagen in Anführungszeichen ähnlich aufgebaut. Vom Grundprinzip trotzdem sind sie sehr unterschiedlich, die Bücher. Und ich habe das hier definitiv sehr geliebt. Ignoriert bitte eventuelles Chaos, dass ihr seht, denn ich musste die Bücher zusammensuchen und ich weiß auch nicht, wie ich sie wieder aufgeräumt kriege. Dieses Buch, auf jeden Fall, kann ich nur sagen, es war eine wunderschöne Reise mit Anna Paulsen bzw. mit Liane durch dieses Buch. Und dann gibt es noch eine ganz tolle Nachbarin und die machen dann so kleine Tierchen, glaube ich, und hängen die in den Park, damit andere was Schönes haben. Und es gibt so nette kleine Charaktere und kleine Geschichten so drumrum, die total schön waren. Deswegen, ich erinnere mich gerne daran. Ich lese es aber hoffentlich auch irgendwann nochmal, denn, wie gesagt, manchmal kann das Leben gefährlich schön sein. Und mit diesem Buch definitiv. Danach habe ich gelesen von Paolo Cognitiv. Ich blende das hier ein, also Zukunftsannäher blende das hier ein. Gehen ohne jeden Gipfel zu besteigen. Ja, ich muss gestehen, richtig viel weiß ich nicht mehr über das Buch. Es war wie so eine kleine Abhandlung. Es war sehr dünn und sehr teuer, das weiß ich noch. Es war, glaube ich, ein Hardcover und sehr dünn. Und es hat für meinen Eindruck wahnsinnig viel Geld gekostet. Und ich dachte mir so, das finde ich nicht mehr so richtig gerechtfertigt. Aber er wird ja hoch gelobt für sein Werk Acht Berge, wenn ich mich recht entsinne. Und das ist, keine Ahnung, das kenne ich nicht. Aber ich habe eben Gehen ohne jeden Gipfel zu besteigen gelesen. Ich weiß nicht, mich hat es irgendwie über den Klappentext und die Aufmachung und so weiter schon gekriegt, das Buch. Aber inhaltlich, innen drin, nein. Ich habe es auch wieder aussortiert, deswegen muss ich es hier jetzt einblenden. Ich kann wirklich nicht behaupten, dass es mir gefallen hätte. Es waren mir irgendwie zu wenig Tiefsinnig, zu wenig Tiefgründe, zu wenig Vergleiche, die ich vielleicht gezogen hätte. Parallelen mit Bergen, mit Wege gehen, mit dem Leben, mit was das mit einem machen kann. Ich hatte so viel mehr erhofft, als ob man da noch mehr reinschauen kann in denjenigen. Und deswegen fand ich es sehr schade. Ja, deswegen wurde aussortiert, war also nichts für mich zumindest. Vielleicht gefällt es jemand anderem. Und dann habe ich noch im Januar gelesen, die unsichtbare Heldin von Checky, ich glaube sie heißt Checky Fellgood. Nicht, dass ich jetzt was Falsches erzähle, ne? Es steht überall nur J. Fellgood. Ja gut, kann ich jetzt nicht mehr so schnell herausfinden. Auf jeden Fall geht es hier um die unsichtbare Heldin. Und die heißt in diesem Fall Anja. Deswegen wollte ich dieses Buch, beziehungsweise nicht nur das Buch, sondern dann auch im Februar folgend, die Nachfolgebände von der unsichtbaren Heldin lesen. Nämlich die sichtbare Heldin. Ich finde das Cover auch sehr schön in blau. Und das Rote natürlich, die Superheldin. Bei der ganzen Reihe geht es darum, dass Anja, ich glaube sogar recht, genau, ja, doch, 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 ich erinnere mich, die Erinnerung kommt wieder, sehr zufällig in so eine Geschichte reinschlittet. Und zwar dahingehend, dass sie dann, wie es vorhin darauf schon gespoilert wird, also ich, da gibt es ja nichts Verkehrtes für die ganze Reihe, die unsichtbare Heldin, dass sie nämlich lernt, unsichtbar zu werden. Wie und was und warum und wer da schuld ist und wo sie das noch hinbringt, erzähle ich natürlich nicht, aber ich fand, es war eine sehr schöne Geschichte. Es hat mich sehr gut unterhalten. Ich fand es spannend geschrieben und ich habe es im Nachhinein mir überlegt, so, ich hätte es nicht nur lesen sollen wegen dem Grund, dass die Protagonistin Anja heißt und dass der Love Interest Ben heißt und Ben ist für mich so ein Name, so, oh, das stelle ich mir besonders toll vor, deswegen hat es sehr gut gepasst. Es gibt ja noch so einen ganz lustigen Kater von Anja, wenn ich mich recht entsinne. Anja, den fand ich total cool und eine Freundin und, ähm, ja, die Geschichte, in die sie da hineingezogen wird, die da abläuft, das ist so allumfassend und so groß, es ist nicht, es ist so ein bisschen Superhelden, ich glaube, darauf kann man auch selber kommen, Richtung, aber nicht Fantasy, soweit ich mich entsinne, also es sind keine Fantasy-Elemente mit irgendwelchen abgedrehten Leuten, also natürlich ist ein Stück weit, diese Fähigkeiten sind Fantasy, aber jetzt nicht unbedingt noch Zombies, nur mal als Beispiel. Ja, wer weiß, vielleicht lese ich sie nochmal und, ähm, ich fand es sehr, sehr schön, da abzutauchen und hoffe, dass ich auch demnächst wieder was von der Autorin lese. Ich hatte mich da mal umgeguckt und da hatte mich noch nicht so richtig was gepackt vom Thema, aber die Reihe eben schon und ich glaube, ich habe aktuell keins von ihr hier, kein Ungelesenes, erstaunlich bei der Menge der ungelesenen Bücher, aber, ähm, ja, ich habe sie immer noch auf dem Schirm und ich werde sie nicht vergessen, dass ich immer mal danach gucke, was sie so rausbringt und gerade schreibt und für tolle andere Werke noch hat, wobei ich gar nicht weiß, ob ich nicht ein E-Book mal gelesen habe von ihr. Dann, von Michael Bierbeck habe ich ein Buch gelesen, was mich fertig macht, ist nicht das Leben, sondern die Tage dazwischen. Das habe ich allerdings dann abgebrochen, nach 60 Seiten, das tut mir im Herzen auch weh, auch heute noch, dass ich es abgebrochen habe, denn ich habe sein erstes Buch, das ich zumindest zuerst von ihm gelesen habe, komplett geliebt und, ähm, es war für mich das Allertollste, ihn auf der Littloch zu treffen. Er war der einzige männliche Autor dort vor Ort und es war echt herrlich lustig mit ihm, egal in welcher Talkrunde er war, er hat alles so ein bisschen aufgemischt und, ähm, ja, wir hatten herrlich viel Spaß. Ähm, meine Cousine auch und, äh, ja, das war einfach wunderschön. Deswegen erinnere ich mich gerne an Das schönste Mädchen der Welt, heißt, glaube ich, der Titel des Buches, das ich so geliebt habe und eben, wie gesagt, das andere Buch, von ihm habe ich abgebrochen. Ich hatte es, ich glaube, aus einer Buchhaltestelle, aber ich bin mir nicht sicher, weil ich mir nicht mehr sicher bin, ob ich da nicht auch woanders mal war. Naja, ich dachte, es war zumindest ein gebrauchtes Buch und war, ähm, insofern quasi für mich nicht so schlimm, es wieder wegzugeben, weil es eben ja auch schon mal eine Reise angetreten hatte. Und, ja, mir hat es nicht gefallen. Ich kann mich an nichts mehr davon erinnern, muss ich gestehen. Ich glaube, es hat angefangen mit einer Szene in so einem Waschsalon. Ich weiß aber auch nicht mehr, warum und wer da war und wie die hießen. Keine Ahnung. Dann kam ein Sachbuch und zwar von Gary Chapman, die Fünf Sprachen der Liebe. Die Kommunikation in der Partnerschaft gelingt. Der Titel ist etwas missverständlich und es ist sehr auf romantische Beziehungen gemünzt. Ich finde, es kann eigentlich auch anders gesehen werden. Man darf es auch anders sehen, aber, ja, es ist wahnsinnig spannend. Es werden die einzelnen Sprachen erklärt. Ich kann sie hier nochmal eben nennen. Man findet dazu schon ganz, ganz viele Videos, ganz viele Infos auch im Internet. Die Sprache der Liebe Nummer 1 ist Lob und Anerkennung. Nummer 2 Zweisamkeit, die Zeit nur für dich. Nummer 3 Geschenke, die von Herzen kommen. Nummer 4 Hilfsbereitschaft. Nummer 5 Zärtlichkeit. Und dann gibt es zum Schluss natürlich auch noch einen Test. Einen für sie, einen für ihn. Und man kann so ein bisschen herausfinden, welche Sprache man selbst spricht. Und es kann sehr spannend sein, wenn man das mit Menschen macht, die einem nahe stehen, um herauszufinden, ob sie die gleiche Sprache hauptsächlich sprechen oder eben nicht. Dadurch kann man vielen Problemen aus dem Weg gehen, glaube ich, oder viele Dinge lösen. Wenn man versteht, dass der andere zum Beispiel sehr anspricht auf das Thema Hilfsbereitschaft, dass man einfach öfter seine Hilfe auch anbietet. Man würde vielleicht auch so helfen, aber wenn man nicht gefragt wird, macht man das halt vielleicht nicht. Also, könnte so ein Thema sein, ich sag mal, ein bisschen klischeehaft. Ich möchte es nicht zuverzogen sagen, weil, ja, ich mag die gar nicht, die Klischees. Aber wir nehmen mal ein klassisches, klassisches Klischee. Eine Mann-Frau-Beziehung. Die Frau steht in der Küche und kocht. Der Mann isst natürlich zusammen mit der Frau. Und danach macht sie am besten auch noch den Abwasch. So. Jetzt habe ich das natürlich überspitzt schon so ein bisschen unterschwellig mitklingen lassen, dass ich das nicht in Ordnung finde, wenn das nur die Frau macht und das so ohne weiteres abläuft. Klar können das getrennte Aufgaben sein. Das darf auch in Ordnung sein. Für Beziehungen darf das auch funktionieren. Aber vielleicht versteht sie oder spricht sie hauptsächlich die Sprache der Hilfsbereitschaft und bietet ständig ihre Hilfe ihm an. Wenn er für die Arbeit irgendwas braucht, wenn er dies und jenes, Hilfe braucht, ein Geschenk zu finden für seine Mutter, was auch immer. Und er macht es nicht. Und versteht auch nicht, warum sie ständig irgendwas anbietet und irgendwelche Fragen stellt und dies und jenes. So. Und wenn man aber das mit der Hilfe von diesem Buch, diesem Test herausfindet, dann kann ein Mann vielleicht dann doch verstehen und in dem Kapitel nachlesen, was er tun kann, um besser sozusagen diese fremde Sprache zu lernen und besser mit der Frau zu kommunizieren. So. Und dann fällt dem Mann vielleicht ein, ach ja, sie spricht ja die Sprache der Hilfsbereitschaft. Ich biete meine Hilfe an beim Kochen oder beim Abspülen oder bei beidem. Nur mal so als kleine Idee, wie das funktionieren kann. Genau. Ich fand es, wie gesagt, sehr, sehr schön. Habe mit den unterschiedlichsten Menschen schon so manche Erfahrungen gemacht und auch ausprobiert, welche Sprache der Liebe diejenigen so sprechen. immer wieder interessant. Und ja, werde das vermutlich auch noch öfter zur Hand nehmen, weil ich es einfach quasi als Werkzeug ganz schön finde, um in Beziehungen auch Klarheit zu schaffen, wenn vielleicht manche Themen immer wieder auftauchen und man sich nicht so klar ist, warum man immer wieder an dem gleichen Punkt hängen bleibt. Und dann kann das ja schon allein ein Grund sein, der sehr, sehr, ähm, naiv ist schon. Also fundamental quasi, also die Basis bildet für alles, was daraus entsteht und an Gesprächen, an Gedanken, an der Art, wie wir kommunizieren. So, dann kam endlich, endlich, endlich dieses Buch hier. Love to Share von Beth O'Larry. Wenn ihr mögt, guckt euch gerne meinen Blog an zur Lit Love. Da habe ich das so ein bisschen mit dokumentiert. Ich wurde, ähm, außerdem auch auf der Lit Love Instagram-Seite mit erwähnt, weil ich eine von denjenigen war, die halt sich das Buch hat signieren lassen. Lustigerweise übrigens dieses Exemplar, die englische Version, da ich jetzt auf Englisch lesen wollte. Kleiner Fact an dieser Stelle. Ähm, ich habe dieses englische Exemplar noch nicht gelesen. Ich habe mir das Deutsche gekauft und das Deutsche gelesen. Heißt, endlich sind Lisa und ich dazu gekommen, meine beste Freundin, dass wir dieses Buch lesen. Denn unsere Kommunikation, unser ganzer Kennenlernprozess hat damit begonnen, dass sie mich gefragt hat, ob wir nicht dieses Buch zusammen lesen. Das kam in dem Fall ein gutes halbes Jahr vorher, vor dem Zeitpunkt. Ne, noch mehr. Im März haben wir es ja erst gelesen. Mehr, also fast ein dreiviertel Jahr vorher, bevor wir es tatsächlich gelesen haben, kam ihre Anfrage. Und aus irgendeinem Grund haben wir es geschafft, dann doch so lange damit zu warten, bis wir es gelesen haben. Wir haben es beide geliebt. Es geht um Tiffy und Leon. Und es ist, es ist so eine schöne Geschichte. Es ist einfach so eine schöne Geschichte. Ich kann den Hype darum sehr verstehen. Und, also für mich ist es vielleicht nicht so ein krasses Hype-Buch, aber für mich ist es auf jeden Fall ein Highlight-Buch. Und dementsprechend, ja, wie gesagt, kann ich verstehen, dass die Leute, die Menschen, die Frauen vielleicht vor allem es lieben. Leon arbeitet in einem Krankenhaus und Tiffy in einer, in einem Verlag eigentlich. Und, ja, hat da nicht immer die schönsten Aufgaben, fühlt sich da auch nicht immer nur wohl. Und dann spielt auch nochmal ein bisschen der Ex-Freund Justin eine Rolle, kurz. Letztendlich geht es aber darum, dass Not sehr erfinderisch macht, denn Leon macht immer Nachtschicht, heißt, der arbeitet nachts und ist nur tagsüber in der Wohnung und schläft da. Und damit er Geld quasi kriegt für die Zeit, die er nicht in der Wohnung ist, nämlich nachts, hat er sozusagen jemanden gesucht, um die Wohnung zu teilen, beziehungsweise auch das Bett. Heißt, diejenigen, die beiden, sehen sich eine ganz, ganz lange Zeit gar nicht, kennen sich gar nicht, aber wohnen in der gleichen Wohnung. Und ich finde, es ist, es ist so schön erzählt und ich kann mir sehr gut vorstellen, das auch nochmal zu lesen oder eben auch das englische Exemplar. Also, wer das noch nicht gelesen haben sollte, los, auf zum Buchladen. Dann kam noch ein winterlich-weihnachtlich angehauchtes Buch im April von Matt Hike, Matt Hike heißt der, glaube ich, ich sage immer Matt Hake, Matt Hike, The Truth Pixie Goes to School. Das ist der zweite Teil sozusagen von der Truth Pixie-Reihe, wunderschön wieder illustriert von Chris Mould. Ich liebe die ja, die ganzen Illustrationen und natürlich auch das geschriebene Wort, denn das ist reimend, reimend, sich reimend, sich, sich, ihr wisst schon, geschrieben. Es gibt auch mal so ganz dunkle Seiten. Das ist so schön einfach. Es ist einfach so schön. Ja, ich, absoluter Matt Hike-Fan. Ich liebe das. Und es ist quasi für mich die Fortsetzung so ein bisschen, so ein Mini-Teil einer Fortsetzung, einer Art Fortsetzung von A Boy Called Christmas. Das ist immer noch eine für mich so tolle Geschichte von Matt Hike. Eine Winter-Weihnachtskinder-Geschichte in drei Teilen. A Boy Called Christmas, The Girl Who Saved Christmas und Father Christmas and Me. Die deutschen Titel dazu sind Ein Junge namens Weihnacht, Das Mädchen, das Weihnachten rettete. Rettetete. Und ich glaube, der dritte Teil heißt Ich und Vater Weihnacht. Oder so ähnlich. Und dann gibt es eben noch The Truth Pixie. Und dieser Wahrheits-Elf kommt eben auch in den anderen Büchern vor. In den anderen dreien. Und dann gibt es eben so eine Mini-Reihe von The Truth Pixie. Zumindest zwei Bücher. Ich muss mal recherchieren, ob es noch ein drittes gibt. Einen Moment. Hm. Also, ich habe jetzt nichts dazu gefunden, ob es noch ein weiteres Buch gibt oder weitere Bücher kommen sollen. Ich finde die beiden wunderschön. Wunderschön als kleine Mini-Serie hintendran. Und ja, ich wollte sie hier nur kurz erwähnen. Dann kam wieder ein Buch. Diesmal für mich ein Re-Read von Anne Freitag. Mein Leben basiert auf einer wahren Geschichte. Für Lisa war es zum ersten Mal. Ihr habt die Geschichte leider nicht so gut gefallen. Wegen einer Konstellation. Nennen wir es mal so. Und es geht um Rosa, Frank und David. David. Ja, David. Natürlich David. Rosa und Frank treffen aufeinander, als sie beide als Backpacker oder als, ja, weiß ich nicht, als Rundreise rumreisen, Rucksackreisende in Australien sind. Und Rosa sagt zu Frank, eines der ersten Dinge, Frank, so hieß meine Schildkröte. Es ist doch ein herrlicher Beginn einer Geschichte. Ich, ähm, ja, mag es total gerne. Es ist noch gar nicht so lange her, da war Rosa nur eine Farbe und David mein bester Freund. Und seitdem ist viel passiert. Die Kamera wollte ich nicht mehr. Also ich wollte sagen, ich liebe jedes Anne Freitag Buch. Und ich, ich habe noch so viele Bilder davon im Kopf. Also dieses Buch hat es so richtig geschafft für mich, als Film in meinem Kopf zu sein. Das schafft nicht jedes Buch so sehr wie dieses. Und ich liebe es sehr. Ich habe auch gerade gesehen, was Anne Freitag hier reingeschrieben hat. Ich habe ja nun schon fast jedes ihrer Bücher signiert. Und deswegen, ja, sehr schön. In dem Fall steht hier für Anja. Wenigstens dein Gesicht erkenne ich immer. Und so ist es nun mal. Mittlerweile, glaube ich, also das letzte Mal, als ich sie gesehen hatte, aber da wusste sie auch, dass ich komme und wer ich bin. Und ich war die einzige, die da stand. Da wusste sie, wer ich bin. Und, ähm, ja. Also ich, ich verbinde schon ein paar schöne, sehr, sehr schöne Erinnerungen mit Anne Freitag. Egal, ob's. Ja, das erste Mal war, als ich auf der Buchmesse war und sie quasi von ihrem Gespräch abgehalten habe und sie sich total Zeit genommen hat in dem Moment. und das ist jetzt vier Jahre her. Das war das erste Mal im März vor vier Jahren. Krass. Auf der Buchmesse. Und danach habe ich sie noch ein paar Mal gesehen. Also egal, ob auf der Litlaufe oder ob ich sie bei einer Lesung in Stuttgart mit Adriana gesehen habe oder ob ich sie spontan auf dem Weihnachtsmarkt in München gesehen habe. Das war auch total schön, weil das so völlig ungeplant und völlig überraschend auch für mich war. Und ich so, puh, Anne Freitag. Und, ähm, sie dann auch so meinte, Dau, dich kenn ich. Weil sie, ja, mich eben schon auch ein paar Mal gesehen hat. Und, ähm, es fällt ihr sehr schwer, ich weiß nicht, ob jeden Namen, aber zumindest meinen Namen sich zu merken. Ist aber nicht schlimm. Ich nehme ihr das nicht übel. Und sie, ähm, ja, hat aber in dem Fall ja reingeschrieben, sie erkennt mich am Gesicht, aber den Namen nicht immer. Genau. Wobei beim letzten Mal, wie gesagt, wusste sie es. Da bin ich die Einzige gewesen, die in der Buchhandlung auftaucht und gefragt hat, ob ich das eben signiert. Ja. Genau. So ist es. Große, große Liebe. Anne Freitag ist immer eine gute Wahl, finde ich persönlich. Und deswegen auch das hier. Wieder eine Herzensempfehlung. Kommen wir gleich zu anderen, gerade schon erwähnten Lieblingsautorinnen. Und zwar Adriana Popescu, Paris, du und ich. Wir begleiten hier Emma mit nach Paris, denn sie möchte zu ihrem, äh, Schwärm Alain. Allerdings hat Alain schon wieder andere Pläne und verkündigt sich mit Chloe. Chloe? I don't know. Ich weiß nicht, wie sie, wie sie ausgesprochen wird. Ähm, dazu ist mein Französisch zu schlecht. Und, ähm, abgesehen aber davon kriegt sie sich dann ziemlich mit Liebeskummer in ihrem Hostel. Sie ist noch ziemlich jung, glaube ich auch, ne? 16. Das ist auch so, so krass mit 16 mal eben nach Paris. Ähm, ich hätte mich damals nicht getraut. Und, ähm, Ende des Tages ist es so, dass sie auf Vincent trifft. Und, Emma und Vincent. Ich habe es so sehr geliebt. Beziehungsweise, ich habe es zusammen mit Lisa gelesen und wir beide haben es geliebt. Deswegen, es ist so schön. Es ist einfach so schön. Und ich verstehe auch, warum Adriana zu mir gesagt hat, als ich es signieren habe lassen und meinte, ich habe es noch nicht gelesen. Dann hat sie gemeint, oh doch, das musst du unbedingt ganz schnell lesen. Ähm, das gefällt vielen nicht so sehr. Oder die mögen es nicht so sehr. Und, und auch dieses Thema Paris und so. Und ich habe mir gedacht so, ich freue mich voll drauf. Und so war es dann eben auch. Und es war ein wahnsinnig tolles Buch. Ähm, sie hat reingeschrieben für Anja. Be awesome, in Klammern auf Französisch. Alles Liebe. Ja. Kannst du immer wieder sagen. Wir haben das gelesen, da war es gerade Ostern ungefähr. Mitten im ersten Lockdown natürlich noch. Und, ähm, Lisa und ich, wir wären am liebsten sofort in den Flieger gesprungen und nach Paris geflogen. Einfach um, quasi im Herzen, zusammen mit Vincent und Emma, in Paris zu sein. Also, wollt ihr ein bisschen Sehnsucht nach Paris, dann lest, lest dieses Buch. Es ist so, so schön. Und ich, ich mochte es einfach sehr. Dann habe ich gelesen von Lea Singer, Anatomie der Wolken. Ein Buch, das über Goethe geht und noch jemanden. Hab den anderen gerade natürlich vergessen. Und das habe ich abgebrochen. Äh, relativ früh auf Seite 36, weil ich einfach gar nicht reingekommen bin. Wirklich gar nicht. Ich hab's echt versucht. Es ging nicht. Das war auch das erste Buch meiner ABC Challenge, A, wie Anatomie. Und ich kann's nicht anders sagen. Es, es war einfach irgendwie, ich wusste nicht, wo das hin will. Ich wusste nicht, wusste teilweise nicht, worum es geht. Ich wusste nicht, wer das war, der da gerade mit wem auch immer spricht und wo die sind und warum. Und es ist eine Rückblende oder es ist was auch immer. Ich fand's sehr verformt. Wirklich. Und es tut mir so, so leid, weil ich hätte es sehr gerne sehr gemocht. Aber ging leider nicht. Deswegen habe ich es abgebrochen, schweren Herzens und aussortiert. Danach habe ich gelesen von Jostein Garda Genau richtig. Nicht nur der Titel ist genau richtig, sondern irgendwie auch die Geschichte und auch der Moment. Ich habe das in einem Buchladen gesehen und einfach mitgenommen. Ich weiß nicht mehr genau wann. Ich glaube noch vor Corona. Das ist wirklich ein schmales Büchlein, aber wunderschön. Und wer Geschichten von Jostein Garda kennt und auch das Cover ist, illustriert von... Wie heißt er denn? Buchholz? Nee. Wie heißt er denn? Naja, auf jeden Fall von dem Tollen, der das öfter mal illustriert bei ihm. Und es ist ein so, so schönes Buch. Es geht um einen Mann, der an einem See ist und auf diesen See guckt. Und echt viel mehr möchte ich gar nicht sagen. Es ist einfach eine total schöne Geschichte und kleine Reise, auf die man mitgenommen wird und die sehr, sehr schön war. Dann habe ich von Mark Elsberg Blackout gelesen. Morgen ist es zu spät. Dieses Buch begleitet mich auch schon ein bisschen länger. Und, ähm... Ja. Wer mich auch schon ein bisschen länger hier verfolgt, der weiß es vielleicht sogar auch. Ich habe mal im Buchhandel gearbeitet und da war Mark Elsberg zu einer Lesung und zwar zu seinem damals aktuellen Buch Zero. Ich habe mir mein Exemplar Blackout signieren lassen. Jetzt werdet ihr euch fragen, warum blättert sie da und zeigt uns gar nichts? Weil keine Signatur, Widmung, wie auch immer, hier drin ist. Denn dieses Exemplar habe ich nachgekauft. Ich habe nämlich das erste, auf den ersten Versuch Blackout zu lesen, habe ich 100 von 800 Seiten gelesen. Könnte man meinen, ist ja schon ein Stück, weil bei 800 Seiten. Lies mir eine Weile. Ja, und habe dann auch gehört. Ich wusste auch noch, bis zum Zeitpunkt, bis zu dem ich das hier angefangen habe, wusste ich noch genau alles. Wirklich alles, was auf den ersten Seiten vorkam. Trotzdem wollte ich es damals nicht weiterlesen. Wir haben dann mehrere Patienten vorgeschwärmt, wie toll dieses Buch ist. Und ich habe jedes Mal gesagt, ich habe es aber schon mal angefangen und es hat mir irgendwie nicht getaucht. Am Ende des Tages war es so weit, dass ich es tatsächlich nochmal gekauft habe. Denn das erste Exemplar hatte ich aussortiert. Und es auch komplett gelesen habe. Es hat mich in seinen Bann gezogen und ich konnte nicht anders. Ich weiß auch überhaupt nicht, bis heute nicht, wie ich es geschafft habe, bei 800 Seiten das Ganze ohne Leserillen hinzukriegen. Und es ist quasi, nö, es ist nicht rund gelesen. Also es ist, ich weiß echt nicht, wie ich das hingekriegt habe, es schaut fast aus wie neu. Kleines bisschen vergilbt. Ja. Es war unfassbar spannend. Wir verfolgen hier an verschiedenen Orten auf der Welt, was passiert, wenn ein weltweiter Blackout passiert. Blackout heißt, kein Strom mehr. Was damit alles zusammenhängen, wird einem erst so mit der Zeit, zusammen mit dem Protagonisten, bewusst. Wir folgen Manzano, nee Manzano heißt er, Piero Manzano, den Informatiker, der hier eine Schlüsselrolle spielt und der letztendlich auch relativ viel rumkommt, es zwischenzeitlich auch sehr gefährlich wird und ja, es immer wieder auch echt gar nicht gut ausschaut. Und man sich fragt, wie soll es jetzt hier weitergehen? Ich habe auch in meinem Video dazu, ich habe in dem Lesemonat, glaube ich, dazu gedreht noch, zum April und da habe ich ziemlich davon geschwärmt. Und einige, ich habe auch im Privaten so ein paar Nachrichten gekriegt und so Infos von wegen, ja, das klingt schon richtig, richtig spannend, was du das so erzählt hast, aber 800 Seiten ziehe ich mir da nicht rein. Und ich kann es verstehen, andererseits weiß ich halt, was da drin steckt. Und das ist so, so unfassbar gut, dass ich es jetzt auch jedem empfehle. Also, wer wirklich mal wissen will, was das alles macht mit den Menschen, mit dem, mit dem Denken, ich glaube, es ist schon, ich kann mich zumindest noch erinnern, dass es in meiner Kindheit so war, dass ab und an mal war der Strom weg, nachmittags, so für eine Stunde oder zwei. Und dann haben wir Kerzen angemacht und ich habe trotzdem weiter meine Hausaufgaben gemacht. Und ich habe mir keine weiteren Gedanken darüber gemacht, was das bedeutet, was das quasi weiterhin bedeutet, abgesehen von eben so einer relativ überschaubaren Zeit, in der eben der Strom mal weg war. Und ich glaube, jemand, der schon mal eingeschneit war und dann über längere Zeit dann auch das Problem hatte, vielleicht sogar auch über ein, zwei, drei Tage, oder jemand, der einfach auch schon mal in einer Gegend war, wo es einfach nicht so viel Strom grundsätzlich zur Verfügung gab, also irgendwo in Afrika, Indien, Asien, keine Ahnung wo, dann weiß man das oder dann merkt man das, man spürt es richtig, was da eigentlich alles passiert. Und hier ist natürlich das Schlimme dran, dass klar wird, recht schnell klar wird, dass es eben nicht so leicht zu beheben ist und ja, nicht mal eben nach einem Tag oder wenigen Stunden vorbei ist. Und das Ganze ist, wie gesagt, wahnsinnig spannend geschrieben. Ich fand Zero damals nicht so toll, wie ich jetzt Blackout fand und kann es nur jedem empfehlen, dass ich ein bisschen mal zumindest auch ein Gefühl dafür kriegen mag, was passieren kann. Ich glaube, wir haben mit der Pandemie schon auch eines der für heutige Zeit schlimmsten Dinge in Deutschland. Wir sind einfach auch kein Land, das mitten im Krieg steckt wie andere Länder schon seit Jahren, Jahrzehnten. Aber wir haben zumindest damit so eine kleine Idee davon, was passieren könnte. Und sagen wir mal so, Marc Elsberg beschäftigt sich nicht ohne Grund mit genau diesen Themen, die in seinen Büchern so auftauchen und sind gut recherchiert, sondern das ist schon durchaus auch eine Möglichkeit. Und wir sind eben immer mehr abhängig davon, von diesen Ressourcen. Letztendlich Strom ist ja für uns wie eine Ressource, die wir nutzen tagtäglich. Und ich möchte eigentlich gar nicht so sehr das Schwarz malen und sagen, oh Gott, und die Welt geht unter und so weiter. Dennoch ist es nicht verkehrt, sich mal damit auseinanderzusetzen und ich muss gestehen, ich habe es damals gesagt im Video, ich muss aber gestehen, dass ich es bis heute nicht getan habe. Ich habe damals gesagt, ich möchte mich darauf vorbereiten und so ein bisschen überlegen, wie wäre es denn, wenn ich hier Stromausfall hätte? Was würde dann passieren? Was könnte ich tun? Was wäre dann? Und ja, eben wie gesagt, ich weiß bis heute nicht wirklich, was ich tun würde und was ich tun könnte. Und die Problematik ist ein bisschen, ich habe mich tatsächlich noch nicht dazu aufgerafft, mich wirklich nochmal damit auseinanderzusetzen. Was kann ich hier ändern? Was kann ich an Vorsorge-Dingen treffen, in meinem Keller aufbewahren oder, keine Ahnung, Wasserkasten kaufen, sonst irgendwas? Habe ich alles nicht getan, aber es wäre sinnvoll. Und dieses Buch ändert mich jetzt wieder daran, dass ich das vielleicht tun sollte und mich damit noch beschäftigen. Denn wichtig ist es schon und schade eigentlich, wenn man das nicht macht. Ab jetzt ist es keine gesicherte Reihenfolge mehr. Ich habe die Bücher nicht ganz sicher richtig in der richtigen Reihenfolge aufgeschrieben, aber es kam dann irgendwann zwischen Mai und Juli oder im Mai, Juni, Juli Time to Love von Beth O'Leary, das zweite Buch von ihr mit dem Untertitel Tausche altes Leben gegen neue Liebe. Wir verfolgen Lena oder Lena Lena und Aileen und Aileen ist die Großmutter von Lena. Die beiden tauschen Leben, denn Lena ist so ein kleiner Workaholic und braucht laut ihrer Mutter, ihrer Oma eine Pause, denn es ist auch jemand gestorben, ich glaube, die Schwester. Und deswegen kriegt sie sozusagen ein Sabbatical Verordnet, ein zweimonatiges, genau, ihre verstorbene Schwester. Und das ist quasi auf dem Land, in Yorkshire. Und Aileen zieht dafür in die Londoner Wohnung von Lena, in die WG, um genau zu sein, und erkundet dort so ein bisschen das Datingleben, denn sie hat wieder Lust, sich da so ein bisschen umzuschauen und ein bisschen was zu entdecken. Da geht es aber nicht nur um Dating oder Online-Dating, sondern da geht es auch um ganz andere Themen noch dazu. Und es ist herrlich geschrieben. Aileen war mir sympathischer als Lena. Insgesamt hat mir die Geschichte sehr gut gefallen und es war einfach, es war einfach sehr, sehr schön. Es spielt ein bisschen mit Klischees und manche Dinge sind ein Stück weit vielleicht überholt und ein bisschen überzogen dargestellt, aber grundsätzlich hat es mir sehr, sehr gut gefallen und ich würde es auch sehr gerne nochmal lesen und natürlich auch wieder absolutes Highlight, weil ich es zusammen mit Lisa gelesen habe. So, wieder ein Buch zum Einblenden von Bas Kast. Die Liebe und wie sich Leidenschaft erklärt. Das ist in so einem Mini-Format Fischertaschen-Bibliothek. Das Ganze habe ich geschenkt bekommen von einem ganz lieben Freund und ich im Mai, glaube ich, auch Geschenke gekriegt und ich habe es dann relativ zeitnah auch gelesen. Es geht so um verschiedene Themen, die eben Liebe, Beziehungen betreffen, quasi so ein bisschen auch an Studien angelehnt, rausgekramt, was wie wo gut funktioniert oder schlecht oder oft genannt wurde und ja, so ein paar Tipps sind da natürlich auch mit drin. Ich fand es aber tatsächlich, war es für mich nicht ganz so leicht zu lesen. Also ich fand es nicht so geschrieben, dass ich es sehr leicht und gerne lese, im Gegensatz zu manchen anderen Fachbüchern und deswegen, ja, aber es ließ ich gut lesen. Ich würde auch jederzeit wieder reinschauen, wenn ich es dann wieder bei mir habe. Ich habe es gerade verliehen, deswegen ist es nicht hier. Dann kommt wieder ein Buch zusammen mit Lisa. Das war irgendwie das Jahr von, mit Lisa lesen, von Lyssa K. Adams, The Secret Book Club, ein fast perfekter Liebesroman. Der erste Teil einer Reihe, ich glaube, dreiteiligen Reihe. Der dritte ist auch bereits erschienen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob noch mehr Teile folgen sollen. Das ist die große Frage. Hinten drin ist nur die Werbung für den zweiten. Letztendlich geht es da um eine Gruppe von Männern, die sich zusammensetzen und über Bücher und Filme, sogenannte Frauenbücher und Frauenfilme, Liebesfilme, Liebesgeschichten, sich unterhalten und austauschen, um letztendlich besser in der realen Welt mit ihren Frauen klar zu kommen. Und sie nehmen dann eben auch Gavin Scott auf, der, ich glaube, rausgeschmissen wurde sogar. Und ich finde es ganz süß, einfach, weil diese Männer werden durchaus auch so dargestellt, dass es eben darum geht, was die eben schön finden, was die romantisch finden, was denen gefällt, was denen aber vielleicht auch ein bisschen peinlich ist, weil sie Männer sind und gerade auch, weil sie Sportler sind oder der größte Teil von denen Sportler ist und sie deswegen auch keine Schwäche zeigen wollen oder dürfen und nicht so romantisch sein dürfen. Und ich finde es herrlich, dass es darüber mal eine Geschichte gibt und eben mehr die Männer im Fokus stehen und von denen erzählt wird, wie die sich vielleicht fühlen oder wie es denen geht. Deswegen an sich die Idee sehr schön. Ich muss gestehen, so richtig weiß ich nicht mehr, was meine sonstige Kritik daran war. Ich weiß, mich hat es einfach nicht so sehr mitgenommen und nicht so, sich so sehr berührt und nicht so meinen Nerv und Geschmack komplett getroffen. Deswegen habe ich nach dem ersten Teil, also dem hier, aufgehört mit der Reihe und nicht mehr weitergelesen. Allerdings, ich habe es ja zusammen mit Lisa gelesen, sie hat es wahnsinnig toll gefunden und hat dann auch weitergelesen, liest gerade oder hat gerade beendet den dritten Teil. Ich bin sehr gespannt auf ihre Meinung dazu. Und ja, natürlich, also sie hat jetzt vom dritten Teil geschwärmt, weil da kommt Noah vor und dann verstehe ich das schon auch, dass sie da sehr schwärmt. Allerdings, ja, weiß ich trotzdem noch nicht, ob ich noch weiterlesen werde oder soll und dementsprechend bleibt es erstmal bei dem ersten Teil, weil es, wie gesagt, nicht furchtbar, wurde aber auch vorher sehr hochgeloopt und gehypt und ich war mir nicht so sicher, ob es mir gefallen könnte. An sich ein schönes Buch, für mich aber nicht mehr. So, wer kann es kaum glauben, das nächste Buch und zwar wie ein Anne Freitag, das Gegenteil von Hasen und wieder mit Lisa. Ich weiß gar nicht, wie viele Bücher ich mit Lisa im vergangenen Jahr gelesen habe. Einige. und das war auch eines davon, das ist da gerade erschienen bzw. ich glaube im März erschienen, wir haben es dann im Mai oder Juni gelesen. Letztendlich geht es da um so ein paar, also wenn man sagt, es ging ja um Mobbing, wäre es zu kurz gegriffen, allerdings ist es schon auch ein Kernthema, kann man jetzt auch nicht ganz leugnen, sage ich jetzt mal so. Ich muss gestehen, das ist einer der Anne Freitag Bücher, zu denen ich am wenigsten Zugang gefunden habe. Ich fand es zwar an sich auch gut, aber irgendwie habe ich davon nicht mehr so viele Erinnerungen. Doch, warte mal, da war was mit dem Geburtstag und so. Ja, doch, ein paar Erinnerungen sind schon noch da, aber es ist nicht mehr so klar im Kopf wie andere Bücher von ihr, die zum Teil deutlich länger her sind, dass ich sie gelesen habe. Trotzdem fand ich, war es wieder ein wahnsinnig tolles Buch, nicht zuletzt sprachlich, in dem Fall auch ein Stück weit anders aufgemacht. Alles Liebe von Herzen. Das steht in dem Fall jetzt drin, weil zum Beispiel so ein Protokoll drin ist. Dann springt es in den Tagen immer mal wieder hin und her. Das war auch was, was ich ein bisschen schwieriger fand und auch, dass es verschiedene Zeiten gab und dann eben auch nochmal ein Protokoll und so. Das war nicht so leicht für mich, muss ich gestehen, das gut in den Kopf zu kriegen. Deswegen, also es war so von außen sehr viel so Rahmen vorgegeben und das war es zum Beispiel weniger gefühlt bei Mein Leben basiert auf einer wahren Geschichte. Da gibt es zwar auch so Zeitsprünge und so Sachen und so ein bisschen grobe Daten und so, aber es war nicht so sehr mit Zeiten und so vielen Personen zwischen denen hin und her gesprungen wird. Also, ja. Deswegen werde ich den wohl nochmal lesen, den Roman. Wie natürlich gerne jeden von ihr, aber allein schon aus dem Grund, weil ich gerne nochmal richtig eintauchen möchte in die Geschichte, ohne zu viel wieder zu vergessen. So, wir kommen zum nächsten Klopper, der ist auch nicht gerade dünn, von Kelly Orem, Sinner & Ella. Sinner & Ella habe ich gelesen, relativ kurz nach Erscheinen, das ist jetzt schon zwei Jahre her. Da war ich nämlich gerade krank und habe es tatsächlich gelesen, weil so viele davon geschwärmt haben. Ich fand und finde natürlich immer noch, ich mag das Kauai immer noch nicht, immer noch gar nicht. Und ich wollte es lesen, zum zweiten Mal, letztes Jahr, damit ich danach direkt den zweiten Teil lese. Ratet mal! Ich habe bis heute, fast ein Jahr später, noch nicht den zweiten Teil gelesen. Ja, und ich möchte jetzt aber nicht im Abstand immer von ungefähr einem Jahr dieses Buch nochmal lesen, um danach den zweiten Teil zu lesen, den ich dann nicht lese. Ich werde jetzt einfach den zweiten Teil lesen, ohne das nochmal quasi, genau, reinzustöbern. Hier geht es um Ella. Ella hatte einen schweren Unfall, Autounfall mit ihrer Mutter. Ihre Mutter ist dabei auch verstorben, damit spoiler ich nichts. Das Buch beginnt damit. Und Ella hatte einen Chat oder einen Internetfreund namens Cinder. Zumindest ist es sein Nickname. Und sie weiß die ganze Zeit nicht, dass hinter Cinder ein sehr begehrter Schauspieler steckt, ein junger Schauspieler, natürlich gut aussehend und so weiter, und zwar Brian. Und Brian ist eher der, der für Negativflagzeilen sorgt und viel erleben möchte in seinen jungen Jahren, sagen wir es mal so, und das aussitzt, dass er bekannt und berühmt ist. Ella meldet sich dann irgendwann wieder bei Cinder und merkt, dass es ihr sehr gut tut. Und dann tauchen da noch ganz viele andere tolle Charaktere auf. Es ist natürlich schon an Cinderella, also an die ursprüngliche Geschichte, angelehnt, sodass eben Ella dann zu ihrem Vater zieht und der Vater hat eine Frau. Und dann hat Ella eben auch zwei Stiefschwestern und die sind natürlich grausam. Also nur, das ist schon alles sehr stark daran angelehnt. Also so ein modernes Märchen, ein Stück weit nachgemacht. Allerdings, finde ich, ist es jetzt nicht nur negativ und nicht zu kitschig. Deswegen, ich hatte nämlich auch erst den Verdacht, es ist mir dann zu kitschig und zu sonst so wie. Klischee, was auch immer. Aber ich finde es richtig, richtig schön. Natürlich passiert dann noch wahnsinnig viel. Also am Ende stehen sie ganz, ganz, ganz woanders als am Anfang beide. Und ich bin sehr gespannt eben, was der zweite Teil kann. Ich habe gehört, der soll nicht gut sein. Gegen Teil zum ersten. Und deswegen habe ich etwas Angst davor. Im Sinne des The ABC Challenge lese ich aber hoffentlich ganz bald den zweiten Teil. Dann kommt ein absoluter, gefühlter Geheimtipp. Dienstags bei Mori. Die Lehre eines Lebens von Mitch Erwin. Ich kann dieses Buch. Es ist wahnsinnig dünn. Nur jedem empfehlen. Es sind so viele wunderschöne Sätze drin. Und vieles davon hat so viel Wahrheit und so viel philosophischen Hintergedanken. Ich, ähm, ja. Ich kann gar nicht anders, als dieses Buch in den Himmel zu leben, loben. Es gibt noch ein anderes Buch, das ich von ihm gelesen habe. Das ich vielleicht gerade nicht hier habe. Jedenfalls, hier sind das mit den fünf Menschen, die dem Himmel begegnen, oder? Ja, ich glaube schon. Und den Film dazu hatte ich auch gesehen. Auf jeden Fall, Dienstags bei Mori dreht sich darum, dass ein ehemaliger Schüler zu seinem Professor Jedid da kommt und sich mit ihm unterhält. Im Sinne einer kleinen, eines Interviews, einer, ja, einer philosophischen Stunde, die sie da so miteinander verbringen. Warum das Ganze? Weil dieser Professor eben im Sterben liegt. und aber sich gerne noch mit diesem Schüler, ehemaligen Schüler, unterhalten möchte. Und ich finde das total schön geschrieben, weil es ein Stück Leichtigkeit hat, die es, die oft fehlt bei dem Thema Jemand liegt im Sterben und es sind so schwere Fragen oder vielleicht schwer erscheinende Fragen, um die es hier geht und Themen. Und ich finde es total schön, dass das gelungen ist. Ich werde das garantiert auch noch mehrfach zur Hand nehmen und reinlesen, denn es ist, ah ja, das sind keine 200 Seiten, naja, gerade zu 200 Seiten und es ist einfach richtig, richtig schön. Die Sätze sind so wahr und so schön formuliert und selbst das in Übersetzung. Also, ich kann es nur jedem ans Herz legen, mal Mitch-Album sich genauer anzugucken, weil er macht nicht traurig, egal wie sehr die Themen an den Tod und an diese Form von Übergang geknüpft sind und es ist, es ist nicht traurig stimmend, melancholisch, sondern es ist eher augenöffnend und lebensbejahend und ja, dass man neue Kraft hat für das, was vor einem liegt in seinem eigenen Leben und nicht das, was vielleicht irgendwann mal kommt und auf uns alle wartet. Und deswegen, es ist, es ist einfach so schön. Mehr kann ich davon nicht mehr. So, das nächste Buch muss ich auch wieder einblenden. Hi, und zwar Aus schwarzem Wasser von Anne Freitag. Ich habe tatsächlich drei Freitage mit, doch, alle drei auch mit Lisa gelesen. So rum, wollte ich sagen. Alle drei in einem Jahr gelesen und alle drei mit Lisa gelesen. Für mich waren nicht alle drei neu, aber gut, das macht ja gar nichts. Ich habe es verliehen und es ist mir gerade erst beim Reingucken aufgefallen und ich sollte mal nachfragen. Nicht, dass ich das nicht wieder sehe. Doch, ich hoffe natürlich, ich sehe es wieder. Ich bin guter Dinge. Ich verleihe ja nicht an jeden meine Bücher. Also, Aus schwarzem Wasser ist es in eine ganz andere Richtung. Er ist ein Kriminal-Thriller-Roman und hat auch so ein paar Fantasy-angehauchte Elemente. Es ist sehr, es fühlt sich sehr wie so eine Verfolgungsjagd an und mir kommt gerade, wo ich anfange, darüber zu reden, kriecht mir irgendwie so eine richtige Gänsehaut über den ganzen Körper, denn so manch eine Szene war schon wirklich, also für mich zumindest, durchaus relativ heftig. Aber ich lese ja auch fast nichts mehr in der Richtung. Deswegen, ich kann leider auch die Namen jetzt gerade nicht spicken, deswegen muss man es auf dem Buch nicht spicken. Und es geht um die eine Ministerin und die Tochter. Beziehungsweise, es gibt da so einen mehr oder weniger mysteriösen Unfall von dieser Ministerin und die Tochter überlebt und dann gibt es da noch einen Freund von der Tochter und den Vater eben, beziehungsweise ich glaube, das ist der eigene Vater von ihr und die müssen dann so ein bisschen was herausfinden, was es da so damit auf sich hat und ja, also ich finde, es war etwas ganz anderes von Anne Freitag. Ich bin da aber immer offen dafür und begeistert, genauso wie ich ja auch unseren Kommissar Rauch, ich bin der Tele, von Adriana Liebe, also da kann ich ja gar keinen Unterschied machen oder gar nicht anders sein, als immer begeistert zu sein, was die beiden so auf die Beine stellen und deswegen möchte ich auch das hier nicht schlecht reden. Ich habe keine Ahnung, ich lese wie gesagt fast nichts in dem Genre, deswegen momentan. Deswegen kann ich das nicht so gut einordnen und bewerten. Jemand, der viel in dem Bereich liest, kann sagen, dass es vielleicht zu langweilig, kann sein, dass es vielleicht nicht so neu, keine Ahnung. Für mich war es gut und ich habe es geliebt, vielleicht auch einfach, weil Anne Freitag und das reicht für mich schon als Grund. Heißt nicht, dass alles automatisch gut ist, was sie schreibt, aber bist du ja schon. Deswegen, ja, auch das durchaus eine Empfehlung von mir, wenn ihr mal was anderes ausprobieren wollt und eben keinen typischen Freitag lesen wollt. Dann kommen wir zu diesem Buch hier von Dunkelgrün, nicht von, von Mareike Fallwickel. Dunkelgrün, fast schwarz. Ein wahnsinnig bedrückendes Buch und ich muss es unbedingt in dieser Ausgabe haben, weil jede andere fand ich sehr hässlich. Das tut mir leid, aber fand ich nun mal. Es geht um Moritz, Raphael und Johanna und diese drei kannten sich schon als Kinder und dann geht es so ein bisschen auch um die Geschichte dann 15 Jahre, 16 Jahre, 16 Jahre später. Es ist heftig, um was es da alles geht, welche Themen da alle aufkommen. Also, was wollte ich sagen? Dunkelgrün, fast schwarz. Es geht um Moritz, Raphael und Johanna. Die drei kannten sich schon als Kinder und haben da so gewisse Verbindungen, sage ich jetzt mal und treffen sich dann 16 Jahre später wieder. Da ist durchaus viel mit den dreien passiert. Sie haben sich ein Stück weit entwickelt beziehungsweise auch nicht beziehungsweise ist es die Frage, in welche Richtung diese Entwicklung war und ob sie nur gut oder schlecht war, kann man meist auch gar nicht so konkret oder so final beantworten. Es war durchaus sehr spannend. Für mich geht es ja ein bisschen in die Richtung von Paolo Giordano. Irgendwie hat es mich ein bisschen daran erinnert. An Paolo Giordano, die Einzelkeit der Primzahlen. Das habe ich hier wirklich schon vor einer Ewigkeit gelesen. 5, 6, 7 Jahren. Und das hatte auch so eine ganz eigene Stimmung und relativ düster, würde ich mal behaupten. Düster war es hier auf jeden Fall auch. Sagt irgendwie der Titel ja auch schon fast aus. Ich muss aber gestehen, so richtig gefallen hat es mir irgendwie nicht. Also ich konnte mich nicht so sehr dafür begeistern. Ich habe das Ganze, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, zusammen mit Maike von Bookfriends Forever gelesen. Haben wir das zusammen gelesen? Ich glaube ja, ne? Irgendwie, da war doch was. Jedenfalls habe ich mich ausgetauscht über das Buch und ich dachte, das war mit Maike. Oder spätestens im Nachhinein haben wir uns ausgetauscht. Und wir waren beide jetzt nicht so wahnsinnig davon begeistert. Ich glaube, Anja von den Bookfriends war eher noch davon begeistert. Aber gut, ist nicht schlimm. Ich habe nichts gegen die Autorin. Vielleicht lese ich nochmal was von ihr. Ich fand es soweit in Ordnung. Wie gesagt, es war auf jeden Fall was ganz anderes. Und das war schon an sich erstmal gut. Weil man sich das vielleicht nicht so oft traut oder nicht so gern sowas liest. Was eben schon auch viele Schattenseiten aufwirft. von Personen, von Beziehungen, von Konstellationen, von Lebensentwürfen und Verläufen. Und es gibt die aber. Im realen Leben und eben auch hier in Büchern. Deswegen eine durchaus interessante Geschichte. Nennen wir es mal so. Achso, noch interessanter war natürlich der Ort. Ich weiß natürlich nicht mehr, wie der hieß. Ah, schlecht vorbereitet, ne? Stehe es hier drin. Ich finde es jetzt leider nicht, wo die genau gewohnt haben beziehungsweise aufgewachsen sind. Ich weiß aber, dass ich den Ort hier drin gelesen habe und so ein bisschen es war hängen geblieben. Nicht so besonders, weil ich jetzt nicht extra nachgeguckt habe, wo ist es genau. Und dann war ich im vergangenen Sommer in Salzburg. Ich hatte das Buch, glaube ich, gerade kurz vorher beendet. Und dann kam, komme ich in, ich sage mal, in der Nähe von Salzburg. Das war so ein Ausflug, so ein Tagesausflug. Ein Stückchen weiter weg. An so einem Schild vorbei. Hölzl. Einfach nur Hölzl. Ich weiß es nicht mehr. Und denke mir so, das gibt es jetzt nicht. Da steht jetzt tatsächlich dieser Ort. Und das Faszinierende war, dass ich dann im Nachhinein eben so ein bisschen nachgeguckt habe und gemerkt habe, dass es tatsächlich genau dieser Ort ist. Weil es eben so ein recht simpler Name war, dass man davon ausgehen kann, dass es diesen Ort öfter gibt auf der Welt und nicht nur ein einziges Mal. Und deswegen war eben das für mich so bemerkenswert, dass ich genau da war mit einem Schild. Keine Ahnung, ein Kilometer ist dieser Ort entfernt oder so. Und es mir auch wirklich in dem Moment eingefallen ist und aufgefallen ist, dass ich mir das gemerkt und nachgeguckt habe, ob es genau dieser Ort eben gemeint ist, der hier drin steckt. Und es ist genau dieser Ort gemeint gewesen und das fand ich irgendwie sehr faszinierend, weil, ja, es mich so ein bisschen dem Buch näher gebracht hat, ähnlich wie bei der Idee, direkt nach Paris, du und ich nach Paris zu fliegen. Also, Lisa und ich. Aber gut, genau. Ich habe den Ort zwar nicht besucht, trotzdem hat es mir das irgendwie näher gebracht und ich werde es vielleicht auch immer damit verbinden, dass ich eben fast da auch war. Und es passt ja ein bisschen zum Titel. Dunkelgrün, fast schwarz war in Salzburg fast der Ort. Dann habe ich ein Adriana-Buch nochmal gelesen und zwar Ein Lächeln sieht man auch im Dunkeln. Das habe ich gelesen, als es herauskam. Ich glaube, es kam im September heraus und dann habe ich es auch direkt gelesen und es hat mir sehr gut gefallen. Es geht um drei Menschen. Muss man wieder spücken. Samuel, Marie und Theo. Marie und Theo sind Geschwister. Theo hat so eine gewisse Schwere, sagen wir mal, die er mit sich herumträgt und Marie versucht ihm zu helfen, ihn zu beschützen, die Starke zu sein und ja, ihm eben zu helfen, wo sie nur kann. Samuel taucht auf und ist dann derjenige, der nicht so richtig weiß, wie quasi da so die Dynamik an der Schule funktioniert und versucht dann auch erst mal Theo und Marie zu beschützen. Er hat aber selber auch so eine gewisse Geschichte, die er mitbringt und Entwicklung und ich finde es wieder mal, es ist eine wahnsinnig tolle Geschichte über den Umgang mit mit dieser Art von Schwere, nennen wir es mal so, mit der Theo umzugehen hat und es ist, ich finde es total schön eingehend beschrieben, total nah und Adriana kann es halt einfach mit ihren Dialogen, mit dem Charme, den jeder Charakter mit sich bringt und es sind so richtige Charaktere, die sind so da und die möchte man umarmen und mit denen möchte man durch die Welt gehen und möchte was erleben. Es ist einfach so und passend zu dem Buch gibt es verschiedene Dinge. Ich habe den Pulli dazu, ich habe, ich weiß gar nicht, ob ich zu dem Buch dann noch irgendwas habe, ich glaube, ich habe auch die Button-Dinger habe ich auch, ja, weil sie hat da daraufhin zu diesem Buch quasi nochmal ein paar Goodies gestartet und ich finde das sehr schön, ich habe da einige Dinge, ich habe da ein paar T-Shirts, ein paar Tassen mittlerweile und ja, ich freue mich darüber, weil die Sachen, wenn ich die sehe, allein oder wenn ich sie anziehe, geht es mir viel besser und ich habe total viel Freude daran, also an dieser Stelle nochmal danke, 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 liebe Adriana und ich trage die Sachen sehr gerne, nicht nur auf meinem Poetry Slam, auch das könnt ihr hier oben mal angucken, ein Lächeln sieht man auch im Dunkeln, ein super schöner Titel und eine wirklich tolle Geschichte, ein sehr, sehr schönes Jugendbuch, das auch wirklich gut geeignet ist für Jugendliche und das, glaube ich, auch ein bisschen offener im Kopf und toleranter machen kann für die verschiedensten Leben der Menschen, damit man begreift, jeder Mensch ist individuell und es auch wirklich so ein bisschen nochmal näher gebracht kriegt. Dann habe ich gelesen von Iris Fox Love Happens, zwei sind einer zu viel. Ich muss gestehen, ich weiß überhaupt nichts mehr darüber. Das passiert öfter mal so, weil das ist in dem Fall ein E-Book, kein Buch, das ich verliehen habe. War das das mit der Wohnung? Ich glaube schon. Ha, doch, ich habe wieder eine Idee. Ich glaube, da ist sie noch recht jung und sucht eine Wohnung und er ist der Makler. Kann das sein? Das Cover schaut zumindest schon mal anders aus, als das, als ich kenne. Ja, doch, ein Stück weit wusste ich es schon noch. Es geht darum, dass Lola die Schnauze voll hat von Männern und dann kurzerhand Uni kriegt sie von Christoph vorgestellt und ja, sagen wir mal so, er ist etwas mehr als nur der Marker und ich weiß nicht mehr so ganz genau, was da so alles noch vor sich geht und wie das Ganze ausgeht. Es war insofern so gut, dass ich es durchgelesen habe, ja, aber es war eben ja nicht so besonders, dass ich es behalten hätte, deswegen kann ich da jetzt keine klare Empfehlung oder Anti-Empfehlung aussprechen, sondern sagen, es war eine mit der Geschichte als E-Book. So, und hier ist lustigerweise der eine Autor mit Nachnamen Christoph, auch noch ähnlich geschrieben, von Amy Kaufman und J. Christoph Illumine, die Illumine-Akten 1. Das Ganze hier ist so eine Art Sci-Fi-Roman mit wahnsinnig viel tollen Dingen. Also es sind wie Akten, es sind Protokolle drin, es sind Pläne von irgendwelchen Raumschiffen drin, es sind alles mögliche. Weiter hinten sind dann auch mal sehr viele sehr schwarze Seiten und dann steht da schon noch Text und der passt dann quasi zu dem, wie es hier dargestellt ist. Also es ist schon eine wahnsinnig tolle Aufmachung, auch mit dem Hardcover generell und dem diesen dünnen, also transparenten Umschlag und dem, was sich drunter so verbindet. Wie gesagt, ich mag die Aufmachung sehr, sehr gern, aber inhaltlich, puh, konnte es mich halt irgendwie nicht so mitnehmen. Es wurde mir dann zu brutal grausam, wie auch immer. Es hat ein Stück weit was mit einem Virus zu tun, was natürlich so in der aktuellen Lage so Ironie ist. Das war aber im vergangenen Jahr öfter mal der Fall, dass ich mir dachte so, manches davon passt gerade richtig gut und fast schon ironisch, dass ich das jetzt lese. Keine Ahnung, ich habe das zweite nicht mehr gelesen, das dritte wird meines Wissens nicht übersetzt auf Deutsch. Das ist auch so eine Geschichte, wo ich mir denke, so sehr inkonsequent, so in Summe. Aber gut, also hier steht darauf Lesen wie Kino und das würde ich schon auch unterschreiben, es ist sehr, sehr bildhaft gemacht, man ist irgendwie so richtig mittendrin, man fühlt sich so auch richtig mitgenommen, so. Das ist wirklich richtig, richtig gut, wenn man da Bock drauf hat, wenn man da Spaß dran hat, wenn man sich denkt, ich möchte auch mal was, was ein bisschen Weltraum-Odyssee steht hier. Liebe Zombies, Hacker, Intrigen und Verschwörungen. Coole Mädchen, süße Kampfpiloten, unglaublich viel Herz und Herzschmerz. Es ist halt auch so, dass manchmal zwischendrin was Heftiges passiert und man sich denkt, ernsthaft jetzt? Wirklich? Und man weiß eigentlich, dass es der erste Teil von einer Reihe ist und denkt so, oh Gott, was passiert denn in den anderen Teilen noch? Ja, andererseits ließen sich manche Teile, also manche Sachen davon, manche Abschnitte dann sehr schnell lesen, weil es eben nicht so viel Text auf einer Seite ist und man weiterlesen wollte. Aber für mich, wie gesagt, war es nichts. Ich habe es nicht weiterverfolgt, nicht weitergelesen. Gemina, den zweiten Teil, habe ich nicht gelesen. Ich merke gerade, ich war irgendwie, das war so Secret Book Club, Illumina, war anscheinend das Jahr der ersten Teil nur. Ich sortiere es tatsächlich auch aus, weil es mir eben so gar nicht gefallen hat, dass ich es behalten muss, weil ich weiß, ich werde es nicht nochmal lesen. Also falls jemand tatsächlich Interesse hat an dieser wunderschönen Hardcover-Ausgabe, könnt ihr mir auch schreiben. Das nächste Buch darf ich wieder einblenden von Lisa Kirsch Das Glück in vollen Zügen. Lustigerweise hatte ich dieses Buch in der Hand, als ich Lisa Kirsch, die Autorin, als ich neben Lisa stand und zwar meiner besten Freundin in Heidelberg im Sommer. Ja, genau. Ich habe mich jetzt gerade gewundert, wann ich es gelesen habe. Im Sommer stand ich da neben mir. Wir waren gerade dabei, wieder abzureisen und mit dem Zug. Und in der Bahnhofsbuchhandlung haben wir das Buch gesehen. Ich habe es hinten drauf gelesen und dachte mir so, oh, das klingt irgendwie gut. Da ist eine Namen und so, ne? Die wohnt in einem Wohnwagen am Ammersee. So, der Ammersee ist von mir hier mein Wohnort. Gar nicht so weit weg. Also mit dem Auto so circa 15 Minuten. Also durchaus sehr gut erreichbar. Und deswegen war das so mein, so das Gefühl von, da fühle ich mich ja fast schon zu Hause in dem Buch, auch wenn ich natürlich selber nicht am Ammersee wohne. Trotzdem ist es mir so nah. Und ich dachte mir, das ist vielleicht ganz nett, weil er vielleicht auf München vorkommt oder irgendwas in München. Und ja, da kenne ich mich doch dann auch ein bisschen aus. Dementsprechend hatte ich sehr viel Lust darauf, habe es aber in dem Moment nicht gekauft. Ich habe es danach gekauft. Als ich danach irgendwann im September, Oktober in der Buchhandlung war und habe es gekauft, habe es gelesen und absolut geliebt. Ich habe es nicht hier, weil ich es verliehen habe an meine Mama. Sie hat es, glaube ich, schon gelesen und fand es gut. Ich habe es aber irgendwie noch nicht wieder hier. Marie. Marie heißt sie, die in diesem Wohnwagen wohnt. Sie hat eine durchaus sehr dominante Mutter, hat da so ihr Leben und ist damit teilweise auch manchmal ein bisschen überfordert. Ja, es ist herrlich geschrieben, wie sie auf Johannes trifft und Johannes wiederum hat auch so seine ganz eigene Geschichte. Es ist nicht nur so ein, er ist halt da und ist der Kerl in der Geschichte, sondern es ist schon so eine ganz eigene Geschichte, die da mit drin steckt und die finde ich sehr schön. Sehr berührend vor allem. Marie ist einfach so ein so ein strahlender, warmer Charakter. Die ist so ein richtiges wie so ein Sommerkind irgendwie und die ist so richtig, die kann ich mir richtig vorstellen, dass sie dann eben auch morgens einfach in den Ammersee springt nackt und dann eben in die Arbeit geht und zu spät dran ist vielleicht und manchmal ein bisschen sich erst in der S-Bahn umzieht auf dem Weg nach München rein und ich fand sie einfach herrlich. Ich fand sie einfach richtig gut und ich mochte sie sehr, deswegen dieses Buch ist absolut toll, finde ich, völlig unterschätzt oder völlig nicht beachtet hier meiner Meinung nach und deswegen mein Herz schlägt sehr für das Glück in vollen Zügen und ich finde, das ist nicht nur für jemanden etwas, der in der Nähe von München wohnt, sondern es ist einfach eine herrliche Geschichte, die Lust auf Sommer macht und Lust auf was Erleben macht und auf das Leben an sich macht und so diese kleinen Dinge auch im Alltag und es ist einfach schön. Deswegen kann ich das nur empfehlen. Dann kommen wir zu einem Weihnachtsbuch und zwar Debbie Johnson Weihnachtspunkt und Rentierpulli. Ein herrlicher Weihnachtsroman. Maggie ist alleinerziehend mit ihrer Tochter Ellen. Ich hatte große Probleme, dass für mich Maggie nicht die Erwachsenen war, weil Maggie klingt für mich wie das Kind. Aber gut, das war nur so mein Kopfproblem. Dann gibt es dann natürlich noch Marco Cavelli und die beiden treffen aufeinander im wahrsten Sinne des Wortes mit beiden Rädern. Und daraufhin verändert sich da so einiges, denn es gestaltet sich irgendwie so, dass Marco dann gepflegt wird von Maggie und da passieren so die kuriosen Dinge und es ist einfach ein herrlich schöner Roman, der nicht nur oberflächlich bleibt und der nicht nur kitschig mit süßen Weihnachtsklischees spielt und ja, so ein kitschiger Weihnachtsfilm ist, sondern schon auch ein bisschen tiefer gehen kann und es ist, er berührt einfach, finde ich und er ist einfach schön. Er ist einfach schön. Seit einer längeren Zeit irgendwie der beste beziehungsweise auch einer der wenigen, die ich überhaupt gelesen habe, Weihnachtsromane in der Weihnachtszeit. Deswegen Erwachsenen-Weihnachtsromane. Deswegen, ja, kann ich den nur empfehlen. Ich finde auch wiederum, den sieht man nicht so viel, den hat man noch nicht so viel gesehen, so viel gehört. Auch von Debbie Johnson hat man noch nicht so viel gehört. Ich mochte ihren Schreibstil sehr. Ich fand es sehr unterhaltsam. Es war durchaus immer wieder sehr witzig und was mir auch wahnsinnig gut gefallen hat, jetzt wo es mir wieder richtig anfällt, es gibt noch die Top-Tipps für ein romantisches Wochenende in Oxford. Ja, das sind so ein paar Orte, die im Buch vorkommen, eben aufgegriffen und da wird ein bisschen was auch drüber erzählt und zum Beispiel auch Schauplatz für die Trilogie der Goldenen Kompass, waren die botanischen Gärten und so weiter. Also es gibt da so ein paar Punkte, die ich einfach sehr spannend finde und die mir richtig Lust gemacht haben, nach Oxford mal zu reisen. Hatte ich nicht so auf dem Plan, vor allem nicht im Winter, aber eigentlich, warum nicht, ein bisschen winterlich verschneit, wie auch immer, verträumt. Also ich könnte es mir gut vorstellen und das hat es natürlich irgendwie nicht besser gemacht, dass wir ab November ja wieder in so einem Lockdown-Light hingen, weil die Reiselust ja wieder geweckt wurde. Also, wer möchte für nächstes Weihnachten, merkt euch das mal vor. Kleiner Geheimtipp. Dann kommen wir noch zu einem Sachbuch, Schrägstrich Biografie, Schrägstrich Ratgeber, Schrägstrich, ich weiß es nicht, wie ich es benennen soll, von Matt Hike. Ich kann es mir nicht merken. Reasons to stay alive. Das Ganze gibt es auf Deutsch ziemlich gute Gründe, am Leben zu bleiben. Das war meines Wissens sein erstes deutsches Buch. Ich habe das schon länger hier stehen, eben im Original, weil ich alle seine Bücher am liebsten im Original lese, weil ich seine Sprache sehr gut verstehe und sie sehr viel Wortwürz hat und selbst bei diesem schlimmen Thema, denn hier geht es um seine eigene Depression, wie es ihm damit ging, was er so getan hat, wer ihm geholfen hat, was ihm geholfen hat. Es sind hier auch so ein paar Listen drin, die waren eigentlich total schön irgendwie. Erklärt quasi, was ist Depression oder wie kann es sich anfühlen? Wie kann es für jemanden sein? Und was gibt es aber auch für Gründe, am Leben zu sein? Was gibt es noch für zusätzliche Dinge, wie man hat quasi das Gefühl, nichts mehr im Kopf, man hat wie auch immer. Wie kann man für jemanden da sein, der Depression hat oder eine Angststörung? Und da ist der zweite Punkt zum Beispiel einfach nur zuhören. Und ich glaube, das kann jeder von uns. Also fähig ist zumindest jeder, ob das macht oder machen will, ist was anderes, aber grundsätzlich kann das jeder. Und also ich finde es sehr, sehr schön, sowohl für jemanden, der wie ich Depressionen persönlich kennt, als auch für jemanden, der jemanden kennt, der Depressionen hat oder hatte. Und ich habe das Ganze mit Anja von Bookfriends Forever zusammen gelesen und ich fand auch da wieder den Austausch herrlich, so wie schon vorletztes Jahr. Ja, denn wir sind beide in einem sozialen Beruf, wir haben irgendwie in mancherlei Hinsicht ähnliche Ansichten, zum Teil ähnliche Erfahrungen und das ist total schön, weil wir sehr schnell auf einer sehr private Ebene sind und wir aber beide davon profitieren und beide uns total wohl damit fühlen. Und deswegen hatte ich auch da wieder sehr viel Freude mit ihr das zu lesen und zu entdecken. Es hat es mir vielleicht auch etwas leichter gemacht. Ich hätte eventuell nicht mehr im letzten Jahr danach gegriffen, gerade auch, weil es ein Jahr auch runterziehen könnte. und gerade während Lockdown ist es vielleicht sonst schwierig. Aber eben nicht der Fall. Das wollte ich nochmal gesagt haben. Es ist nicht der Fall, dass einer runterzieht. Eher aufmuntert und einem klar macht, es gibt Wege. Es ist nicht das Ende, auch wenn es sich für einen selber so anfühlt, wenn man da drin steckt. Das möchte ich eigentlich jedem ans Herz legen. Jeder, der sich gerade nicht so wohl fühlt, sollte vielleicht so die Summe greifen. Dann habe ich noch von Mila Olsen entführt Bist du mich liebst. Das Ganze hier ist eigentlich ein erster Teil von dreien. Da haben wir es wieder mit denen. Ich lese nur erste Teile. Das wurde mir geschenkt und zwar zum Geburtstag letztes Jahr. Ich habe es dann eben im Dezember gelesen oder beendet zumindest. Es geht um die 16-jährige Luisa, die auf einem Campingplatz mitgenommen wird. Luisa lebt mit ihren drei, ich glaube drei sind es, drei oder vier älteren Brüdern eigentlich zusammen. Mit denen war sie auch dort zum Campen, im Urlaub. Sie fand es dann nicht so spannend, nicht so cool und wurde dann aber letztendlich entführt von Brandon. Das Ganze war mal eine ganz andere Geschichte, für mich zumindest. Sie wird entführt und man weiß halt selber auch so gar nicht, wie geht es weiter, wie wird es, wie endet es, wie kann es werden. Es hat zwischendrin so kleine Elemente, die würde ich Richtung Fantasy stecken. Wusste ich vorher gar nicht, worauf ich mich einlasse und überhaupt auch in welche Richtung das Ganze geht. Ich würde behaupten, ein bisschen was davon geht so Richtung Stockholm-Syndrom, man verliebt sich in den Entführer als Opfer. Es fällt mir sehr schwer, das nachzuvollziehen, muss ich gestehen. Es fällt mir wirklich sehr schwer. Es wurden hier nicht bestimmte Grenzen überschritten, bei denen hätte ich dann nämlich das Buch abgebrochen, aber es fällt mir trotzdem sehr schwer. Auch im Nachhinein das zu bewerten, keine Ahnung, ich fand es eigentlich in Summe, hat es mich nicht so richtig gekriegt. Ich fand diese Brüder total schön und auch schön beschrieben, muss ich sagen. Also ich fand es irgendwie richtig gut. Ja, wie es denn letztendlich ausgeht und der Ausblick ist auf den, ich glaube der zweite Teil ist einfach aus seiner Sicht und der dritte Teil ist dann nochmal weiter die Geschichte der beiden. Also meins ist es irgendwie nicht. Heißt es nicht, dass ich das schlechtreden will oder dass ich die Person, die es mir geschenkt hat, schlechtreden möchte. Geht nur darum, meinen Lesegeschmack trifft es nicht so richtig. Also es war wie gesagt mal was ganz anderes und sehr spannend, aber mehr davon oder zweiten, dritten Teil brauche ich nicht. Ich kann es überhaupt nicht fassen, aber ich bin jetzt tatsächlich beim letzten Buch angelangt und das Ganze ist dann, tanzt ein bisschen aus der Reihe, ist ja auch das Letzte. Nummer 30 aus 2020. Ich bin ja 30 geworden, vielleicht sollten es 30 Bücher werden, weil ich 30 geworden bin. Wer weiß da schon. Ich spreche von Torben Kuhlmann-Einstein, Die fantastische Reise einer Maus durch Raum und Zeit. Von Torben Kuhlmann gibt es noch andere Bücher, die habe ich mittlerweile auch gelesen. Das Ganze seht ihr im Januar-Lesemonat. Es ist herrlich illustriert. Torben Kuhlmann kann es einfach, wie ich zumindest finde. Einstein ist dann die vierte Geschichte nach Lindbergh, Armstrong und Edison. Es ist einfach so süß aufgemacht mit dieser Maus, die so viel erlebt, erleben möchte. Es sind zum Teil richtig große Bilder drin, die einfach wahnsinnig toll eine Stimmung erzeugen. und ich habe es so, so sehr geliebt. Wirklich. Weil es ist, es hat was Kindliches dabei, natürlich, durch die Bilder. Andererseits finde ich, ist es auch für jeden Erwachsenen etwas, wenn man eben so schöne, so stilvolle Darstellungen mag, Kunst ein Stück weit mag und sich durchaus auch für die Geschichte interessiert. Also ich weiß nicht alles über Einstein, weiß ich jetzt auch nicht nach der Lektüre dieses Buches, aber so ein paar Dinge habe ich verstanden und habe ich gelernt dadurch und das ist schon was, was ich nicht kleinreden möchte und kann. Hinten sind auch nochmal so ein paar Erklärungen drin, in denen die Theorien so ein Stück weit erklärt werden. Nochmal sehr bildhaft, sehr einfach dargestellt. Ich finde durchaus auch für so manch ein Kind gut verständlich. Deswegen, solche Mittel finde ich total schön und ich würde super, super gerne irgendwann vor einer Kamera sitzen und sagen, ich habe mit ganz viel Stolz und Freude meinen Kindern diese Bücher gezeigt und sie waren sehr begeistert davon, so wie ich hoffentlich. Und das ist was, die Hoffnung kann mir keiner nehmen, sagen wir es mal so. Und ich freue mich daran auch nicht, dass ich eben selber schon allein solche Bücher sehr, sehr gern mag, werde sie in Ehren halten und pflegen, damit sie eben auch ganz, ganz lange überleben und ich sie immer wieder zur Hand nehmen kann und anschauen kann. Das sind immer so um die 100 Seiten, lässt sich gut und schnell an einem Stück lesen. Ich kann zumindest dann nie aufhören und ja, wer sich eben für so ein paar wichtige Menschen in der Geschichte interessiert, der kann sich da ein bisschen was anschauen und vielleicht auch ein bisschen was lernen. Und ich lerne jetzt an dieser Stelle, dass dieses Video unfassbar lang geworden ist. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei jedem, der noch dabei ist und drangeblieben ist. Schreibt mir sehr, sehr gerne, was ihr so im letzten Jahr gelesen habt, welches eure Highlights waren. Ich hoffe, ich habe das klar gemacht bei dem jeweiligen Buch. Ich hoffe, ich habe auch bei jedem Buch zumindest ein bisschen was erwähnt und euch Lust auf die Lektüre der jeweiligen Bücher gemacht. Und damit komme ich zu meinem Schlusswort. Ich bin sehr froh, dass ich mit den verschiedensten Menschen, vor allem Anja, Maike und Lisa, zusammen gelesen habe. Dass ich von verschiedensten Menschen quasi bedacht wurde, also Geschenke bekommen habe in Buchform. Und natürlich freue ich mich sehr darauf, auf alle weiteren Bücher, die ich hier vorstellen darf, für das aktuelle Jahr 2021. Das wäre es jetzt hier von meiner Seite. Ich habe genug gelabert. Ich gehe jetzt mal das Ganze hier bearbeiten und diese ganzen Cover einblenden. Und damit verabschiede ich mich. Bleibt gesund und lese natürlich schöne Bücher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!